Hallo und herzlich willkommen mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch die RPG. Die RPG hat einen Stärkenwert für mich von zwei also ist relativ schwach wie man hier sehen kann brauche ich schon mehrere Raketen um einen ganzen Train aufzulösen Runde 27 und ja dann hat sie einen ganzen Munitionswert von 21 was auch relativ wenig ist finde ich damit kann man wirklich nicht viel anfangen wenn man hier schon sieht dass ich 5 Raketen für einen ganzen Train brauche dann kann man sich ja ausrechnen wie viele man töten kann mit der RPG ungepunscht und ja mehr gibt es zu der normalen Waffe und nichts mehr zu sagen deshalb kommen wir direkt mal zur Gepäckgepunschten RPG die man jetzt sofort sehen müsste hier ist sie und zwar heißt sie Raketengetriebener Groll das setzt sich aus dem Namen RPG zusammen ähm das kann man sich selbst zusammenreißen äh zusammenreimen wie das entstanden ist und ja ähm ein Munitionswert von 48 hat sie hier ähm einen Stärkenwert von 6 habe ich ihr hier gegeben ähm ist auch relativ genug für so eine ja so eine relativ starke Waffe sage ich jetzt mal ähm reicht vollkommen aus um ein zwei Runden zu bänden also die Munition meine ich jetzt und man kann sie relativ locker äh bis Runde 35 benutzen was ich auch selber gemerkt habe ihr könnt mal bei Vectic auf dem Kanal vorbeischauen er hat nämlich ein Taktik Video gemacht ähm wie man mit ihr richtig auf Town spielt und ich muss sagen auf Town ist diese Waffe ähm wirklich einer der besten also was heißt einer der besten einer der besten in den Lowrunden weil man damit halt ähm Koop wirklich was reißen kann und ja mehr gibt es zu dieser Waffe normalerweise nicht zu sagen was heißt normalerweise ich hab nix mehr zu dieser Waffe zu sagen und ja ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken viel Spaß noch äh beim Ausprobieren freut euch auf das nächste Video und haut rein bei 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 bei